Norddeutscher Rundfunk 2021 Besteck, das weiß ich schon. Warum kommst du denn nicht? Kommst du nicht mehr? Kommst du nicht mehr? Kommst du nicht mehr? Aaaaaaah! Juhu! Das ist, vergiss mal nicht, das ist zum Andenken. Ich bitte euch, liebes Herz, den kann ich nicht. Und das ist Rosmarin, das ist für die Treue, ein Sinsspruch im Wahnsinn, im Wahnsinn, im Wahnsinn, im Wahnsinn, im Wahnsinn, im Wahnsinn, Treue und Andenken bezeichnet. Und das ist Fenchel und das ist Akelei und das ist Raute für euch und das ist Raute für mich. Wir können es auch Sonntags Gnadenkraut nennen. Er starb, einen guten Tod, der Finn ist, Finn, kein Schmerz, Finn, er kommt ja nimmer zurück. Gott helf ihm ins Himmelreich und alle Christenseelen, dafür bitte ich. Lieb wohl. Lieb wohl. Oh! Bist du mein Bruder? Was denn? Seht ihr das? Gott! Seht ihr das? Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ertes! Lasst mit eurem Grami sprechen. Versagt mir nicht mein Recht. Entfernt euch nur. Wählt die Verständigsten von euren Freunden und lasst sie richten zwischen euch und mir. wenn sie zunächst uns oder mittelbar dabei betroffen fielen, so wollen wir Reich Krone leben, was nur unser heißt, euch zur Vergütung geben. Doch wo nicht, so seid verständig, uns Geduld zu leiden. Wir wollen dann vereint mit eurer Seele sie zu befriedigen trachten. Ja, so sei's. Die Todesart, die heimliche Bestattung, kein Schwert, noch Wappen über seiner Gruft, kein hoher Brauch, kein förmliches Geprän, all das ruft laut vom Himmel bis zur Erde, dass ich's in Frage stellen muss. Gut, das sollt ihr. Und wo die Schuld ist, mag das Fall bei Fall. Ich bitte euch, folgt mir.